Hallöchen Leute, ich begrüße euch zu einem Patzer-Video von uns. Mal gucken, was alles so läuft. Mal so ein kleines Patzer-Video, eure Kasuellen. Lass loslegen. Mal gucken, was alles so ein bisschen Mist man anstellen kann mit so einem Isländer. Da war ein Zaun. Oh, noch ein Zaun. Hast du dich dagegen geknallt mit deinem Isländer? Ja, mein Pär hat sich geknallt. Hungrige Vögel fütten mit Stiefel... Ich hab das Hände gar nicht mehr. FACK! Erster Patzer! Auf die Tafel, auf die Tafel, auf die Tafel! Ja, Mann. Äh, heute gestern starten Highschool-Running! Also das ist ja locker zu töten, oder? Ja, Mann! Ist so voll geil! Ich bin die Queen beim Töten! Ey, du Currywurst, jetzt lauf doch mal! Ich bin die Queen des Töten. Ich knall bestimmt nirgendwo dagegen. Du reitest blind, ne? Du reitest blind! Ich soll blind reiten? Ja. Oh Gott! Oh Gott! Also gut, ich versuch's mal! Ich versuch's mal! Ich versuch's mal! Komm! Bling! Komm, mach Bling! Okay, Bling! Jetzt mal gucken, ob es wieder Bling kommt! Bip! Bip! Ey, ich bin gegen die Wand geknallt! Ich muss auch schon gucken! Bling! Oder? Ja, gegen die Wand geknallt! Nochmal, komm! Bling! 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 What the fuck? Ich hab verloren! Haha! Nein! Das ist unfair! Komm schon renn, mein Diggachin! Bäh! Jetzt wollen wir gucken! Ich brauch einen neuen Isländer! Warum? Du hast doch schon vier oder drei! Ähm, mir fehlt nur noch der schwarze! Und der braune, der dunkelbraune! Den abgestimmt, den fiel ich blöd! Alles klar! Niet easy! Oh, diesmal guck ich! Hm! Ja, nur roto! Komm schon renn! Renn! Ich gewinn ihn! Nein! Tuen! Nein! Doch! Doch! Nein! Doch! Ihr seid doch schon lange fertig bestimmt! Ja, ich bin jetzt fertig! Nein, du bist geritten! Ich bin in meinem tollen... Ich bin in meinem tollen Bling Dritt, äh... Hab's ja eh so richtig verschissen! Dober, du bist geritten! Das hat nicht gezählt, du hast verloren! Bismillah real! Ach, ein Punkt für mich! Nee! A point for me! No! A point for me! A point for me! Lad mal Cry ein, ich kann sie grad nicht finden! Warte, ich bin in einer Gruppe noch gewesen! Also ich hab immer noch so Gruppe drin gehabt! So, als könnt ihr mich einladen! Ja, ähm, wo bist du denn? Ja, du kannst ja bei den Chat auch, wenn du meinen Namen anklickst! Doing! Auf den Kopf! Äh... Ach ja! Was hat die für ein Problem? So... Also ich würd sagen, man kann ja auch ein bisschen die Leute verarschen, ne? Mhm... Da kann man einen Blind reiten lassen und äh, Mist sagen und dann knallt man die ganze Seite irgendwo dagegen, das wär auch noch was! Ich will anfangen! Du wirst anfangen! So, machen wir das am besten! Leute! Ich bin fertig! Du bist ja wieder da! Und zwar machen wir's am besten aus einer freien Fläche! Kommt mit! Was freie Fläche? Das ist doch nicht genug interessant! Okay, dann machen wir's eben hier drinnen! Oh, das ist gut! Das ist gut, das ist gut, das ist eine geile Scheiße! Das ist gut, der Areal! Super! Okay, gerade aus! Ja, was Digga! Digga, voll geil, alter! Okay, sag, soll ich kalipieren oder soll ich kalipieren? Wie bitte? Mir doch egal! Töll oder kalipieren? Egal! Also ich würd sagen, er tölt! Das macht mehr Spaß! Soll ich anfangen? Oder du? Ja, wie lang? Gerät aus, gerät aus, gerät aus! Ja, weiter, gerät aus! Super! Perfekt! Okay, jetzt bin ich dran! Jetzt bin ich dran! Moment! Was? Willst du mich führen oder soll ich dich führen? Oder was? Ich führ dich! Ich führ dich! Ach, du führst mich! Alles klar! Okay, warte, Augen zu! Warte, zuerst halt! Jetzt Augen zu! Rechts! Rechtsrum! Rechts! Jetzt! Ja, Mann! Voll gegen ihn angeknallt! Er läuft aber noch weiter! Okay, alles klar! Er ist noch weiter gelaufen! Ich führ dich! Alter, ich dachte, das Pferd hält gleich an! Das Pferd hat irgendwie einen Knall im Kopf, oder? Jetzt bin ich dran! Jetzt muss irgendjemand mich führen! Jetzt muss irgendjemand mich führen! Jetzt muss irgendjemand... Ich führe Loba! Alles klar! Ja! Okay! Okay! Kannst du tun! Jetzt erst mal hier! Jetzt erst mal hier! Rechts! 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 Hat du mich einfach zur Stadt geführt? Wir haben ein bisschen Stadttour gemacht, oder? Ja, jetzt bin ich noch mal. Okay, ich führe dich, weil du hast für mich jetzt gewöhnt. Okay. Dann leg los, ja? Ja. Links, links und dann scharf rechts. Okay. So, Mädels, Vorschläge. Ähm, Blindreiten. Ja, das haben wir doch jetzt schon getan. Blindreiten durch Rohrweg und keiner führt an. Alles klar, alle drei miteinander. Mal gucken, ob wir rauskommen. Aber dann verlieren wir uns. Ne, wir starten alle vom gleichen Ort und dann gucken wir, wer wo landet. Ja, okay. Da bin ich dabei, aber in Tölt, ne? Ja, aber wo starten wir? Hier, wo du jetzt bist. Alles klar. Äh, geh raus aus mir! Nein, du hast dich doch nicht reingestellt. Kannst dich doch neben sie stellen. Ja, 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 ja. Oh Gott, ey. Streitet euch doch nicht. Dann machen wir das einfach mal so, noch mal einen kleinen Patzer oben rein. Ah, alles klar. Oh Gott, womit habe ich das verdient? Okay, ich kann eben hier hin. Ah, nein. Okay. Und? Oh. Alles klar. Erst den Tölt kommen und dann Augen zu. Alles klar. Viel Spaß euch. Hm. Ist das hier müdlich so und... Ja, auf jeden Fall. Mal schauen, wo ich rauskomme. Ich bin mal gespannt. Wie, ich komme jetzt beim Apfelheim raus, ne? Ja. Ja, wenn du dich irgendwo da gegenknallst, dann schon. Wahrscheinlich. Ich drück einfach zwischendurch wieder die W-Taste, damit ich mit Höld irgendwie bleibe. Ich frag mich, wo ich bin. Oh. Einer kann Stopp sagen dann. Und dann gucken wir, wo wir sind. Paul, äh, sagst du dann Stopp, Paula? Ja. Ja. Irgendwie klingt das nicht so gut bei mir. Bei mir auch nicht. Ich reib mal einfach geradeaus mal ein bisschen links. Oh! Mein Pferd hat kaum angefangen zu wehren. Was ist jetzt los? Komm, Freddy. Hallo? Ich möchte weitergehen. Stopp! Stopp! Okay. Lol. Ich bin im Fenster von Dings gelandet. Von, äh, Steves Farm. Ich bin, ich bin beim, beim Farm, ich bin da bei den Himmel gefältern. Okay. Ich bin bei den Goldfeldern. Goldspur? Nee. Nein, so nicht Goldspur. Goldspur geht ja gar nicht. Das ist doch in Yala Heim. Ach so. Die Gold, die Goldfelder. Ja. Ich bekomme meine Riegel nicht auf. Bei diesem kleinen Wald, ja was. Ich bekomme meine Riegel nicht auf. So, was machen wir jetzt? Hm. Oh, da ist ein Auto. Scheiße, ich bin vor das Auto gerannt. Wo seid ihr jetzt? Äh, wir treffen uns wieder, wo wir angefangen haben. Alles klar. Ich bin schon auf dem Weg. Run, dump, dum, 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 dum... Erste. Zweite! Ja. Mach du schon wieder. Oh Gott. Hast du... also ein kleines Spaziergang gemacht? Ja. Auf jeden Fall. Nur mit der Kamera nach vorne, also mit der Kamera von unserem Spieler. Okay, also... Was Kamera? Wie meinst du nach vorne? Nur dass wir dann... Achso, dass wir uns den Spieler von vorne sehen. Ja. Alles klar. Okay, go. Go. Dann guck, ob ich nicht jemand dagegen knall. Der Patzer-Fail. Ich versuch mal irgendwie auf der... Gebüsch im Gesicht. Ich renne jetzt einfach geradeaus. Wirklich. Ich renne jetzt einfach geradeaus. Meistens auf rechts, meistens dann links. Und... Ja. Der Zaun hat gegrüsst. Du meinst du? Ja. Haha, sehr witzig. Dankeschön. Ich glaube nicht, dass du besser dran bist. Scheiße! Wow. Also ich knall wirklich dagegen, ey. Ich bin fast auch so geknallt. Das hat doch gehupt. Das hättest du doch hören sollen. Nee, ich hab alle Zaun zack leise. Alles klar. Ja. Aha. Aua. Rechts links. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Hier geht's ja einen Berg hoch. Ich weiß gar nicht, wo... Doch, ich seh da jemanden vor mir. Aber ich weiß nicht, wer das ist, weil ich ja nicht nach... ...wenn ich praktisch nach vorne gucken kann, sondern nur nach hinten. Ich seh... Ich seh... Ich seh... Kasu von hinten. Ah! Okay, das bist du also. Vielleicht hol ich dich ja noch auf. Ich führe. Okay. Alles klar. Scheiße, ich hab meine Hochweißen vergessen. Das wäre so schnell. Okay, ich versuche mal nach Heine nach Apfelheim zu kommen. Okay. Scheiße, da ist eine Mauer. Verdammt. Also irgendwie hab ich die Orientierung hier nicht so ganz... Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Genau. Perfekt. Ich seh nichts. Ich auch nicht. Du bist alles. Du bist alles. Du bist jetzt hinter mir. Alles klar. Du wärst fast bei mir gegen einen Baum geknallt. Ich? Nein. Pauli. Achso. Alles klar. Ach du Scheiße. Wo geht's hier rum? Oh! 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 Ich bin runtergefallen. Ich hab das gar nicht gesehen. Ich hab's überlebt. Ey, Pferdchen, geh weiter. Wee, heilige Scheiße. Oh, da war irgendwo ein Gebüsch. Ne. Ich fiel halt auch noch aus dem Gebüsch. Lalalala. Hallo. Lalalala. Also eigentlich reiten wir ja Richtung Welldale, wenn ich das richtig sehe, oder? Ja. Ja. Oh Gott. Ich komm von der Strasse ab. Oder was mach ich denn hier? Scheiße, ich hab Film. Ich bin bei diesem verbrattenen Haus festgeblieben. Ach, das ist hier oben. Oh Gott. Jetzt muss ich aufpassen. Alles klar. Ich bin nicht hängengeblieben. Also der Apfelhain ist wohl doch nicht drinnen gelegen, ne? Ne. Die Orientierung lässt da ein bisschen... Komm mal zu mir, komm ich mal zu mir. Da wollte ich gerade hoch zu den Berg. Alter, das ist echt schwer, ne? Ja. Mhm. Okay, ich muss da mich irgendwie... Oh, der... Was machst du? Ich muss auch wieder töten. Ey, ey, ey. Ja, wollte ich gerade sagen. Es ist echt schwer, euch da irgendwie zu folgen. Nein! Ich will doch auf der Strasse bleiben. Ich bin zu leicht bei mir kreuzern quer. Ja. Ah fuck, da war ein Baum. Piste. Also irgendwie kann man hier nicht wirklich sehen, wo man dagegen knallen könnte, ja? Das muss sein. Wo reite ich jetzt? Wo reite ich jetzt? Kann man hier mal gucken, wo ich lang reite? Nein! Ich darf ja selbst nicht mal gucken. Ach du Scheiße. Nein! Okay, da war... Nein! Nein! So, okay. Ich reite jetzt einfach nur geradeaus. Geradeaus die Maus. Geradeaus die Maus. Geradeaus die Maus. Ach du Scheiße. Nein! 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 Also kommt weg geradeaus, ist glaube ich nicht gesund. Genau. Weil da ein Baum steht. Bei mir steht ein Zaun, wo ich fast geknutscht habe wieder. Oh nein! Der entfernt einen Zaun. Es mag Zäune, wie es aussieht. Hey du Anastasia! Boah! Boah! Ich habe Anastasia gesehen! Hilfe! Oh nein! Boah! Jetzt werde ich genau dahin, wo die Karte ist reingeliebt. Komm weg! Boah! Das darf doch nicht wahr sein. Ich muss wegfahren. Ja! Ich orientiere mich jetzt mal nach der Lover. Bleib stehen! Ja! Ich muss mich doch an dir orientieren! Bleib doch ein bisschen langsamer! Ich reihe einfach mal gerade aus. Mal sehen, wo ich rauskomme. Ja. Du siehst ja eine Straße, sag ich auf der Karte. Ja, Welldale. Aber ich weiß nicht wo. Tja, ich habe ein... Äh... In... 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 Oh! Aua! LOL! Da war die Bank! LOL! Wir sind schon in Welldale! Ja! So! Brauchen wir was anderes machen? Ja! Das Video werde ich etwa 15 Minuten machen, nicht mehr. Wir können noch eine Sache machen, dann werde ich das Video beenden. Ähm... Wir... 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 Springen blind! Wir springen... Nee! Du weißt, wo? Kommt mit, kommt mit! Alles klar! Ich glaube, ich weiß schon worauf das Ding auslässt. Ja! Warum? Einmal schöne Rutschpartie! Auf jeden Fall! Nee! Okay! Dann blinde Kuh! Nein! Ah! Ach! Oh! Bei mir leckt es gerade! Oh! Ja, das ist in Welldale glaube ich immer so! Nee! Nicht immer bei mir! Ja! Also bei mir ist das auf jeden Fall bei Events oder so! Das ist klar! Oh! 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 Ist das... Echt! Das ist mal angenehm, dass man nach vorne gucken darf! Hecht! Das ist entspannend! Nach diesem Horror-Ausritt! Drei... 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 Mrk... Oh ja! Nein! Nicht... Drei... 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 Arg... Wo äh... Oh, sonst gibt's was? Heser... Drum sonder... Drei... Drei... Alles klar. Boah, mein Isländer wippt rum. Hey, du bist doch gar nicht auf einer Kante, was soll denn das? Wenn ich so, dann denkt die so, nö, ich sauer, bin ich mit mal rum. Dann findet einfach den Boden geil, dass er jetzt wippen muss. So, müssen wir jetzt blind springen oder was? Ach, noch nicht. Ne, sie hat eine ganz andere Idee. Alles klar. Eine bescheuerte Idee. Umso bescheuerter, umso besser. Ja. Wir können doch alle durch, ach komm, ich zeig euch. Boah. Wir können doch alle hier durch, oder? Ja. Jo. Okay, dann reiten wir jetzt da hoch blind. Also, wir reiten wieder, dass wir unsere Kuchen vorne sehen und zwar mit im Galopp. Im Galopp. Oh Gott. Das wird mir noch was. Da war ein Staun. Nein! Da war ein Staun. Da war ein Staun. Eilige Scheiße. Ich reite immer gegen den Berg. Ich bin runtergefallen. Na ja, versuch. Ich reite echt immer gegen den Berg. LOL 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 Wow. Es geht nicht, sie. Ich bin besoffen! Ich seh ja nix mehr, okay, alles klar. Du bist bei mir gerade voll hochgeflogen. Ja! Oh nein! Oh nein, ich bin runtergefallen. Ja, da in dieser Ecke, da wo Pauli warst, da wo du gerade warst, lol. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh Gott, ich wurde abgeholt, oh nein, ich wurde abgeholt, weil mein Pferd zu stark verletzt ist. Oh Gott, ich glaube, ich nehme an Island, der Level 15 ist, der hält wenigstens das ordentliche aus, ey! Okay, mach das. Ähm, ich häng, ich häng hier irgendwo fest, aber ich seh nicht. Lol. Okay, ich bin angekommen. Wieso wurde ich abgeholt? Ja. Hä? Ich bin doch gar nicht runtergefallen. Ja. Äh, bei mir steht ihr beide noch da. Ne, ich wurde gerade abgeholt. Bei mir steht ihr da noch. Ich guck mal die Gistin da, Alter. Oh oh. So. Ich guck meinen geilen Gistin da aus. Gut. Okay. Okay. Lol, ich bin dann nochmal gegen geritten und dann wurde ich jetzt aufgeholt. Du auch? Oh, ich auch. Komisch. Oder hat der Dark Core Tipi uns verprügelt? Hm, ja, ich glaube. Okay, ich würde sagen, ich mache jetzt Schluss mit dem Video. Jo. Das war's so ein bisschen von meinem Pazza-Video. Wenn ihr euch noch weiterhin so ein bisschen so lustige Videos wünscht, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, kann ich gerne machen. Dankeschön für die Unterstützung von euch beiden. Ähm, ich wünsche euch alles Gute, eure Casuelli lieben Pferde und Ponyfreunde. Über jeden Like und über jedes Abo freue ich mich. Macht's gut und ja, wie gesagt, sagt mir Bescheid, wenn ich nochmal so ein Video machen soll. Und wenn's euch nicht so gefallen hat, bitte sagt mir das auch. Bye bye und ich freue mich auf eure Kommentare. Tschüss. Tschüss. Tschüss.